Hi, ich bin's wieder, der Henry von Candama Europe. Heute erkläre ich euch den J-Stick. Der Airplane bildet die Grundvoraussetzung für den J-Stick. Hierbei ist wichtig zu beachten, dass, weil der Airplane gelandet wurde, dass die Cups wirklich gerade zu einem selbst zeigen. Ebenfalls wichtig ist, wieder den Schwung für die Rotation des Kens einfach aus den Knien zu holen. Das heißt, man geht in die Knie, winkelt das Ken leicht an, wie beim Earth-Turn, und in der Aufwärtsbewegung wird das Ken von dem Loch des Tamas in die Rotation gedrückt. Jetzt ist es wichtig, den Spike anzuvisieren, damit man den Spike im Fokus hat, weil das Loch ist sowieso schon oben. Und dann, wenn das Ken wieder senkrecht in der Luft steht, setzt man das Tama unter den Spike. Das ist so die Grundtechnik für den J-Stick. Falls ihr nicht direkt klappt, nicht verzweifeln, einfach immer weitermachen, weil irgendwann werdet ihr die Bewegungen einfach immer besser verarbeiten. Insofern, ich hoffe, es hat euch gefallen. Viel Spaß beim Üben. Wir sehen uns das nächste Mal wieder mit weiteren Tricks. Falls ihr die Grundlagen noch nicht kennt, guckt euch die anderen Tutorials an. Insofern, ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.